Ja, das war ja schon recht überzeugend, Tedia. Nicht ganz textsicher, aber interessant. Setzt euch doch wieder. Kaya! Das hat gewirkt. Hast du das wegen Kaya gemacht? Na klar, ich küsste Felix doch nicht zum Spaß. Wow. Da kann sich Leonardo DiCaprio noch eine Scheibe abschneiden, Leute. Das war ein Theaterstück. Delia hat den Text geändert, um mich zu küssen. Meine Julia. Hey, hey, mal mit der Ruhe. Was ist dein Problem? Du bist mein Problem. Der Typ will mir meine Freundin ausspannen. Sie hat mich geküsst. Bist du blind oder was? Du darfst dich nicht so provozieren lassen. Siehst du, es hat funktioniert. Kaya ist total durch den Wind. Glaubst du nicht, dass Felix einen falschen Eindruck bekommt? Wieso? Er weiß doch, dass es nur ein Theaterstück war. Da bin ich mir nicht so sicher. Dein Kuss hat ihn total glücklich gemacht. Ey, das gibt's ja gar nicht. Was denn? Na da. Stimmt. Lynn ist nicht auf dem Foto. Auf keinem einzigen. Seltsam. Seltsam ist gut. Das ist total unheimlich. Aber ich komm schon noch dahinter. Darauf kannst du dich verlassen. Wie heißen die türkischen Sklaven, die nach ihren Kreuzzügen eine Dynastie in Ägypten gegründet haben? Ähm, Marmeladen. Nein. Doch. Nein. Netter Versuch. Nein, wirklich. Nein, das waren die Marmeluken. Na ja, fast. Ich würde dir gern was zeigen. Ist das nicht der Zettel von... Ja. Was könnte das sein? Das... Das sind Hyroglyphen. Warte. Schau mal. Ich wusste doch, dass ich die irgendwo schon mal gesehen habe. Das hier bedeutet Leiter oder Treppe. Siehst du? Leiter oder Treppe? Die sind wahrscheinlich alle in diesem Buch übersetzt. Luzi!